So, hallo Kinder, ich grüße euch herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Grab of the Lamb. Und ich weiß nicht, das interessiert euch vielleicht, vielleicht auch nicht, aber was soll's, ich sag euch einfach mal. Ich habe jetzt endlich alle Items gefunden. Das hier war es jetzt. Moment, wo ist es? Wo ist es? Das verdammte Scheißding hat mich so viel Zeit gekostet. Heilige Kacki Popacki Scheiß. Naja, wie auch immer, jetzt habe ich es endlich gefunden. Äh, habe leider irgendwie das 100% Achievement nicht bekommen, auf Steam auch nicht. Ja, deswegen glaubt mir das wohl keine Sau, wenn ich es ihnen einfach so erzähle. Was soll's, ich habe es geschafft. Ihr habt es gesehen, ich habe es auf Video. Ich habe sogar hier, ich habe sogar wieder ein bisschen hier an den Stats rumgeschraubt. Jetzt habe ich hier wieder, genau, das musste ich mir auch wieder neu holen. Das war plötzlich nicht mehr da. Äh, komischerweise habe ich die No Damage Achievements schon gehabt. Jetzt sind sie auch verschwunden. Das ist alles ein bisschen scheiße hier. Naja, was soll's, ich habe es auf jeden Fall auf Steam, kann ich es beweisen. Wie dem auch gesagt, wir wollen nicht lange drum herumreden, was wir eigentlich schon getan haben. Was soll's, wir starten heute einfach mal mit Isaac, wieso nicht? Mit dem habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe die letzten geschlagenen, gefühlten 100 Runs eigentlich nur mit Kane gespielt, weil das einfach mein Lieblingscharakter ist. Moment, das können wir besser. Geh da hoch, geh da hoch, geh da hoch. Jetzt pass mal auf, ich bin ganz schön sauer jetzt. Jetzt geh mal da hoch, ey. Hallo. Jehst du da jetzt mal hoch, ja? Ja, ja, ein bisschen nach links. Boah. Sag mal, du mieses, mieses Scheiß da jetzt. Geh doch mal, ja, 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 nein, ja, 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 nein. Sag mal. Sag mal. Ey, schau dir das Mist viel an, das will nicht nach links gehen. Was hast du denn für eine Einstellung? Nein. Ah, okay, rechts ist auch nicht schlecht, aber bitte geh nach links. Dieses eine Mal. Dann stirbst du halt. Meine Fresse, ey. Manche Leute sind echt zu nichts zu gebraucht. Ey, guckst du mal meine Bombe wieder. Vielen Dank auch. Uh. Nice. Hey. Das mag mir gefallen. Jetzt bin ich doch nicht mehr so aggro wie vorher. Kann die Fliegen schon in einem Schuss tot machen. Ist das nicht schön? Da gehe ich rein. Ich musste ja vor kurzem erfahren, dass... Ja, 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 ja. Dass hier manchmal ziemlich gute Items nur sein können, so wie jetzt. Äh. Deswegen gehe ich da jetzt auch jedes Mal rein. Ich bin da früher nie so oft reingegangen, aber inzwischen habe ich meine Meinung geändert. Danke, das brauche ich nicht. Was soll's. So. Ne Pille. Na, auf gut Glück würde ich sagen. Hey. Hat sogar was gebracht und das springe ich in die Luft. Tschüss. Wow. Hey, das hat sich gelohnt. Ausnahmsweise. Ich bin beeindruckt. Reicht aber trotzdem nicht für den Job. Was soll's. Hallo Bösschen. Was willst du mir sagen? Duke of Lies. Okay. Kein Ding. Er geht schnell kaputt. Glücklicherweise. Dank dem Pilz bin ich ja jetzt schon ziemlich stark. Für Basement 1. Freut mich auf jeden Fall. Auf jeden, auf jeden, auf jeden Fall. So. AP abnehme ich. Immer gerne. Immer gern gesehen. mehr fliegen. Was soll das? So. Mein neuer PC, beziehungsweise mein PC Upgrade, wird am Montag, beziehungsweise am Dienstag eingebaut. Dann geht's auch weiter mit einem neuen Projekt. Reacherboard. Na ja, geht ja, komm. Was soll's. Jetzt sehen wir wenigstens etwas freundlicher aus. Das will mich doch sehr erfreuen. Ja, das neue Projekt schaltet, wenn man ein PC da ist. Vorher nicht. Denn ich will, dass es möglichst wegfreiläuft. Ihr wollt mich einkreisen. Ihr wollt mich einkreisen. Sterbt ihr, minderbemittelten Arschlöcher. Da komm ich nicht rein. Scheiße. Was soll's. Hey. Ihr seid kein Problem. Was sind das für Räume? Pff. Die kratzen mich ja überhaupt nicht. Oh Mann, wie langweilig. Oh Gott, ist das langweilig. Meine Fresse, ey. Habt ihr nicht mehr zu bieten? Safety Cap. Ich glaub nicht, dass das eine gute Idee war. Naja, was soll's. Steven. Willst du mir vielleicht Steven geben? Anstatt Little Steve. Das wäre äußerst freundlich. Wo lauf ich eigentlich hin? So, wir versuchen den Kleinen zuerst zu killen. Nein, geh da weg. Geh da weg. Dich will ich nicht. Dich will ich. Perfekt. Bleib einfach so. Nein. Nein, nein, nein. Ich will dich nicht töten. Ich will dich nicht töten. Warum willst du sterben? Warum nur? Nein. Nein. Nein, 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 nein. So. Stirb endlich. Angst, dass du platzt. Nicht in meiner Nähe. Halte Abstand. Pam. Ach du Scheiße. Dankeschön. Und das ist Steven. Schauen wir erst da rein. Boom. Fuck. Soll ich mal das Messer nehmen? Halt ich das überhaupt schon mal auf Video? Hm. Das würde es mir eigentlich viel zu leicht machen. Aber nein. Ich nehme es nicht mit. Das wäre viel zu langweilig. Glaub mir. Den kleinen Penner nehmen wir mit. Und ab. Nächste. Oder. Ja. Ich könnte mich. Ich komme. Was soll's. Was soll's. Machen wir es einfach. Der ein oder andere wird schon wissen, was ich vorhabe. Und es ist sehr riskant. Aber hey. Hm. Das könnte ich mir Notfalls holen. Mal schauen. Da liegt noch eins. Sehr gut. Die Blutbank. Nur lang genug durchhalten. Hey. Jetzt lohnt sich sogar der Shop. Merke ich gerade. Nein. Das würde ich ungern aussammeln. Heppala. Dankeschön. Gib mir mehr. Mehr Geld. Mehr. Noch mehr. Einmal noch. Yes. Dankeschön. So. Und tschüss. Jetzt denkst du dir eine oder andere. Hey. Warum. Warum machst du dich auf einen Herz runter. Das ist voll schlecht. Fünf Herzen sind viel besser als eins. Ja. Aber dann kann ich in diesen Raum hier rein. Und kann mir ein weiteres HP Upgrade besorgen. Das ist doch schön. Sowas wollen wir doch haben. Wer will denn sowas nicht haben? Irgendwelche. Äh. Leute. Die diese Spiele nicht ganz verstehen. Und denen es zu riskant ist. Aber mir ist es nicht so riskant. Weil ich so ein Pro-Gamer bin. Oh yeah. Was für ein Pro-Gamer bin ich doch. Na dann. Na dann Larry. Meinst du kannst was ausrichten? Meinst du du kannst was ausrichten? Ha. Ich wusste es. Ich wusste es. Stier. Stier. Dankeschön. Ich habe Kohle wie ein reicher Geldsack. Ne mep. Dankeschön. Ich liebe dich. Jetzt sehe ich den Geheimraum. Da kümmere ich mich gleich drum. Ich sammere erst mein Herzen ein. Das lasse ich mal liegen. Ich bin zu geizig dafür in der Bombe zu verschwinden. Das hier nehme ich mit. Komm. Ein bisschen können wir schon hier zocken. Ja. Ja. Herzen. Gib mir Herzen. Gib mir die Herzen. Na. Du Arsch. Hey. So geht es auch. Vielen Dank. Komm. Einmal noch. Geld. Ja. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Yes. Dankeschön. Ich würde dich in die Luft sprengen, aber ich habe nicht genug Bomben dafür. Tut mir leid. Tut mir so leid. So. Hallo Geheimraum. Und die zwei Münzen bekomme ich auch noch. Perfekt. Gib her. Dankeschön. Ach. Leck mich doch. Einmal. Hey. Dankeschön. Gar nicht so schlecht. Dann ab in die nächste Ebene. Hey. Da liegt auch noch nicht ganz vergessen. Perfekt. So. Sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Und da ist auch gleich wieder der Itemraum. Leider habe ich keinen Schlüssel. Ist es nicht ganz so toll? Ne. Itemraum ist ja schön. Oh. Ich hätte nichts gesagt haben. Hm. Wisst ihr was, Leute? So nicht. Nein. Das sehe ich nicht ein. Moment. Moment. Das sehe ich nicht ein. So. Nein. Verdammt. Jetzt seht ihr schon, was ich vorhabe. Naja. Also. Das hat das Spiel echt verdient jetzt. So. Na. Genau. Perfekt. Nicht ganz so laut. Gut. So. Und das lassen wir jetzt laufen, bis diese Bohne von meinem Bildschirm verschwunden ist. Beziehungsweise aus diesem Itemraum. Und es leckt. Heilige Scheiße. Okay. Danke. Passt schon. Halt die Schnauze. Dankeschön. Vielen Dank. Ähm. PhD. Ja. Wieso nicht? Ich brauche nie wieder Angst vor Pillen zu haben. Oh. Ich will die Arztmaske fressen. Nom 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 nom. Arztmaske. Ich sehe zumindest so aus. Fragt euch nicht. Fragt euch nicht. Hm. Wow. Ein blaues Herz einfach so. In einer Kiste. Das sieht man auch nicht oft. Das sieht man echt auch nicht oft. So. Ich erforsche natürlich noch fertig. Ich habe genug Geld für den Shop, wenn ich ihn nur finden würde. Und einen Schlüssel bräuchte ich auch noch. Also. Einen Schlüssel wäre ganz toll. Einen Schlüssel. Dieses Ding, was man in Löchern steckt. Moment mal. Moment mal. Hey. Nö. Das nicht. Ach. Komm schon. Wer wird denn sowas sehen? Bitte. 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 Ich doch nicht. Ach du Scheiße. Geht weg. Nein. Wow. Das war gar knapp. Ihr seid gar nicht schlecht. Wow. Das war schon wieder so knapp. Ha. Ich troll euch. Ich habe das gemerkt. Habt ihr es gemerkt? Das ist immer noch kein Schlüssel. Was soll's. Ich finde schon noch einen. Ich bin optimistisch. Heute bin ich mal optimistisch. Kommt schon. Ihr gebt mir doch sicher einen Schlüssel. Ihr seht schon so aus, als würdet ihr mir einen Schlüssel geben. Na. Na. Na los. Oh. Was ist denn los heute? Äh. Nö. Ich schau zuerst. Envy. Hallöchen. Du nerviger, 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 grauer Klumpen. Was machst du hier eigentlich? Hä? Was machst du hier? Also ich hänge hier ein bisschen rum und kann mich teilen. Wow. Wirklich. Mann bist du beneidenswert. Wirklich. Ich würde mich auch so gerne teilen können. Hey. Super Envy. Einfach so. Okay. Was soll's. Komm schon. Gibst du mir jetzt vielleicht die Feuerwehr-Alone-Fliege? Hey. Und die reroute ich auch. Lord. Heilige Scheiße. Was ist denn los jetzt mit dem Spiel? Liebst du mich plötzlich? Zwei Herzen schmeißt es mir in den Kopf. Und die Leiter. Wieso nicht? Und ein Schlüssel. Wieso nicht? Tschüss. Und das mache ich auch noch. Oh, ne. Kein Bock. Ha, ha, ha. Ich habe keinen Bock darauf. So. Ich hoffe, wir kommen diesmal auch in die Chest. Da man das Polaroid ja jetzt so leicht bekommen kann. Äh. Dürfte das eigentlich ganz gut aussehen. Oh. Der Husk. Der Husk. Okay. Kein Ding. Machen wir schon. Oh, das ist der Bombenhusk. Okay. Kein Ding. Macht mir nix. Ah, diese roten Fliegen, die sind ein bisschen nerviger. Die sind ein bisschen nerviger. Geh weg. Ach, du Scheiße. Bitte nicht so wenig fliegen. Bitte nicht so wenig fliegen. Geh kaputt. Geh kaputt. Ach, du Scheiße. Das war schlecht. Oder... Ach, mein Gott. Hör bitte auf, den Raum mit Bombenfliegen zu verschönern. Was bist du denn für ein Innenarchitekt? Du gehörst... Ach, du Scheiße. Du gehörst irgendwo aufgehängt. Wow. Und jedes Mal ein schöner kleiner Leck. Hey. Das ja nur gute Pillen sein können. Ach, du Kacke. Wir sind ein verdammtes Monster. Health up. Bombs are key. Soll mir recht sein. Ach, du heilige Scheiße. Wir sind ein verdammter Tank. Aber Leute, ich würde sagen, das ist recht für diesen Part. Ja, ich unterteile die Isaac-Parts jetzt. Das mache ich jetzt einfach mal so. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.